Das ist der kleinste Schwäuhrgrill der Welt. Wir werden heute mitmachen. Resultat sehen wir da. Also nur zum Vergleich, das ist der große Grill. Das ist ein kleiner Grill, mit dem kann man auch Socken picken und mit dem Leintücher. Aber heute machen wir den Test, heute gegrillt. Also, jetzt machen wir hier Kohle rein. Also das ist der kleinste Mick von der Donachschwober, den wir jetzt machen. So, der dauert seit Zeit, aber ich hoffe, der wird gut. Das ist der kleinste Schwäuhr. 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 Ich finde die Schwäuhr. Das ist der kleinste Schwäuhr. Ich nehme etwas zu dir. Ich nehme meine Schwäuhr. Ich nehme meine Schwäuhr. Das ist der kleinste Schwäuhr. Ich nehme meine Schwäuhr. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018